ja damit herzlich willkommen zurück zum landwirtschaftsüberlaute 2011 andere musik und wir haben einmal abwechselnd einig und es folgt noch wahnsinn wahnsinn 19 auf entspannt so Okay. Starten wir in das Game. So, 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 so. Muss ich weiter machen. Was sage ich weiter machen? Ach so, das ist unser Weidendirektor. Ich habe komplett vergessen, entschuldigung. So. 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 Dann kann man wieder zurück auf die werden. Jawohl. So. So. Okay, das brauchen wir dabei noch nicht. Starten. So. Okay. Naja, ein paar Bahnen, oder? 4-5 sicher noch. Und was macht der Helfer schon wieder? Lauter Blödsinn. Es geht einmal gar nicht. Okay. 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 Ssssssss Oh, das ist ja ganz schön, Thomas. Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Also, jetzt hab ich das nicht erwischt. Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Das Geräte wechseln, das geht auf die Nerven, hörst du? Das Geräte wechseln, hörst du? Das Geräte wechseln, hörst du? Oder ist es das Geräte? Das Geräte wechseln, hörst du? Musik 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 Das geht, glaube ich. Okay. Jetzt mit den anderen aus. Da drin noch ein bisschen zum tun, sehr gut. Da Trottelhöfer, du Verfluchter! Meine Güte. So, die Sammaschine angeschaut, nicht Idiot. Meine Güte. Ich glaube, du Schwederski fassen. Mein Gott. Du Schwederski fassen. Mein Gott, du Schwederski fassen. Du bist wieder los. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Oh. Nein, nein, nein. So nicht. Wir wollen zwei dann schon ordentlich, gell? Kumpel. So. Dann mal. Die Biogasanlage. Lange gewesen sind. Pass auf. Ich glaube, 59% haben wir schon eingefülltes Ding. Jawohl. Und das hat er geschnallt. Na, endlich. Ah, nicht ganz. Ja, das ist ein anderer eigentlich. Jesus Maria. Der ist teilweise anstrengend mit den Höfern. Ich glaube, er hat es schon geschnallt. Er hat es auch geschnallt. Okay, passt. So. Dicht ist schon. Ah, der Füllstein. Jawohl. Er hat gesagt, den Silo-Speicher mache ich auf jeden Fall dicht. Also voll. Mache alle drei voll. Dann mit dem Brot decken. Ich glaube, du können wir eher schon loslegen. Tatsache. Ahem. Sue. Wie viel haben die Kühe mittlerweile schon wieder produziert? Wie kannst du, bis du noch bist? So. So. Ja, die andere Hälfte muss noch wachsen. Oh, nix. So. Oh, ja. Nix. So. So. Oh, ja. Nix. Machei. Säge, wo ich bitte war für ihr? So, ja. It창. Säge. Wmatta? Ja, der hat's auch gelb. Sehr schön. Wollt mal. Jetzt rühre ich mir das Werbettempomaten düsen. Jetzt rühre ich mir das. Das war's. Ich weiß nicht, was ich nicht immer erinnere. Ich habe das Geld noch nicht. Ich hatte einenao-Bereich. Ich habe das Geld noch nicht. Ich habe den gleichen Sinn. Ich bin nachВыper وال vecchi. Ich habe das Geld. Ich habe ein Geld. Ich habe das Geld, ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. So, das fahren wir jetzt mal zur Biogasanlage und zwar in den Silo. 66%. Ja, der ist fertig. Sehr gut. Okay. Machen wir das? Das fällt glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Ja, da bringen wir das mal in den Hang zurück, das ganze Zeig. Das ganze geht ja jetzt. 150.000 haben wir schon wieder produziert. Brafe Kühe. Ja, ja. 30 Kühe mittlerweile. 30 Kühe. Ja, wo die restlichen Handflaschen sind weiß ich jetzt nicht selber. Und dann kein Bock drauf. Ich hab keinen Bock drauf zu suchen. Momentan. Ich weiß noch so, dann. So. Okay! ...warte, aber gemütlich war das jetzt! Ach, wie genau so! Woowooowooooo! Ey, 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 ey! Na super! Oh, 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 oh. Jetzt hängt der Rotloch auf, ist noch super. So, das war's. Anscheinend bin ich zu blöd mit Corona Big X zu fahren. So, den Rotloch kannst du wieder zurückstellen. Dann können wir das ganze Ding wieder verdichten. Das muss man das nicht schon gebraucht haben. Das muss man das nicht schon gebraucht haben. Ne. So drauf. So drauf. So. Jetzt noch was verdichtet. Okay. Okay. Das Chrome ist nicht so, dass die andere blöde macht. Und jetzt muss ich aufpassen, dass die kleine alles blöde macht. Hier ist auch so. Und jetzt muss ich aufpassen, dass die kleine kommt Blödsinn macht. Hier ist es gut. Jetzt muss ich aufpassen, dass die kleine blöde macht. Hier ist es gut. Hier ist es aufpassen. Hier ist es gut. Hier ist es gut, dass du nicht mehr Problem entdeckt haben. Hier ist es nicht mehr. Ähm, ja, entschuldigt mich wieder mal für einen Moment. Der Kleine macht schon wieder einen Blödsinn. Geht's heute, Freunde? Geht's heute? Ja, das sind die Fenstergitter, die es gerade gehört haben. Okay. So. Ich will den Röbel, bitte, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Komm, weiter rein. So, da, la, da, da. Schön. So, da, la, da. So. Jetzt nehmen wir erst eine halbe Stunde auf. Okay, das... Da habe ich mich verscharrt gehabt. So. So. Oh, das ist langsend für euch. So. Ihre 70% Füllstand. Alter. So. So, wir gehen mal, sich schön verdichten wieder mal. Das ist schon ein Anzug, wenn ich mich an den Radlader... Ehrlich. Okay. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 81% Bildstand Gut Okay Okay Heute Erster Sprecher Fuss werden wir dann abdecken Dann machen wir den zweiten Fuss Mit den nächsten paar Folgen Ich liebe dieses Spiel Und dann haben wir die Welt Wir sehen uns schon mal wieder Und dann unten Und dann haben wir das neue System Ja wei. Ob und so wieder mal in die inneren Perspektive. Hm. Raps, 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 raps. Alles klar, dann raps geht in die Höhe, sehr gut. Raps gibt Schnaps. Hoppalaub, vergess das Reihel auszufahren. Ups. Raps. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, wenn wir das hier zum PGA transportiert haben. Dann wir noch mal auf den nächsten Maisfeld. Ähm. Wären wir das? Wären wir mit dem Krone Big X? Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Zum nächsten Maisfeld. Fragen. So. Okay. Bist du wahnsinnig? Was hupft der den Schuh wieder mal um hier? Ja, damit. Ja. 85% immerhin. Jetzt fangen wir zum anderen Maisfeld um. Ja. 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 Ich bin allein. Ich bin楓. Ich denke, wir unterschied nicht alle, die tief sich zuUP 길 hast. Sehr gut. So, dann rüchte ich blem. Hoppala. Hoppala Oh mein, mein Tempidorme Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Bevor ich mit den Gräubern da umfahre, wollte ich auch den Raps verkaufen. Wenn wir schon da am Hof um und umtanzeln. Jetzt geht es, Gillybats. Jupp Das zweite Silo Schau Wenn es nicht viel ist, verkaufen wir es Ich verkaufe trotzdem an die Getreidemühle Getreide Mühle Ah, Mühlieferant war auch schon da Ich hab wollen 25.000 haben wir schon wieder drinnen Sehr gut Also Perfekt Wenn man Gilbert wieder zurück Ich Ah Weißt du, was ich dir vorher nicht sagen konnte, desto einbiergst du Schwammerl. So. 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 Müsst du mal die Gleichkeit überprüfen, ob ich das hier verdicht hab? Das machen wir noch gar nicht. Das machen wir noch gar nicht.